Wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist und eine ihrer Freundinnen anruft. Ja, dann. Und sie nicht einfach so reingeht, ohne zu zögern. Ah, ich hab's. Dann ist sie einfach höflich, weil sie ist ja mit mir unterwegs und hat vielleicht auch einfach gar keine Lust zu telefonieren. Und sie am Telefon sagt, dass du da bist. Aber Mats, Höflichkeit, Privatsphäre? Dann geht sie dir fremd. Okay, Bro. Krieg dein Ego in den Griff. Küsschen.